Novena zum heiligen Antonius, zweiter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zur Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Antonius, der du aus Liebe zu Christus ein armer Jünger des heiligen Franziskus geworden bist, um dein Leben für den Glauben zum Opfer zu bringen, lehre uns durch dein Beispiel und hilf uns durch deine Fürbitte. Dass wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus ganzem Herzen lieben und seinetwegen die täglichen Opfer gering achten. Der Gerechte sprost wie die Lilie und wird ewig blühen vor dem Herrn. Osa 14,6 Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheißungen Christi. Allmächtiger Gott, verleihe uns die Ermahnungen und Beispiele des Heiligen Antonius so zu befolgen, dass wir durch die Verachtung des Irdischen die ewigen Freuden erlangen durch Christus unseren Herrn. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Lehrer der Kirche, sei Helfer dem Papst, dass er gut regiere. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Ehrtum zu befreien. Gedenke, o heiliger Antonius, dass du noch nie einen ohne Trost und Hilfe gelassen, der in seiner Not dich angerufen hat. Von solchen Vertrauen besehert, eilen wir zu dir, da du Gott so wohlgefällig und mit dem Jesuskind, so vertraut bist. O du beredete Verkünder der unendlichen Erbarmungen Gottes, verschmähe unsere Bitten nicht. Ritt für uns ein, am Throne Gottes. O wundertätiger, allvermögender Heiliger Antonius, erhöre uns und gewähre uns Trost und Hilfe in unserer gegenwärtigen Not und Bedrängnis und stehe uns bei, besonders in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, Heilige Maria, Heiliger Antonius vom Padua, bitte für uns, du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns, du Zierde deines Ordens, bitte für uns, du Säule der Kirche, bitte für uns, du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns, du Lilie unversehrter Reinheit, bitte für uns, du Liebhaber der Armut, bitte für uns, du Muster der Demut, bitte für uns, du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns, du Spiegel der Geduld, bitte für uns, du Lehrer der Jugend, bitte für uns, du Apostolischer Prediger, bitte für uns, du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns, du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns, du Tröster der Betrübten, bitte für uns, du Bode des Friedens, bitte für uns, du Erwecker der Toten, bitte für uns, du Helfer der Notleidenden, bitte für uns, du Erlöser der Gefangenen, bitte für uns, du Wiederbringer verlorener Dinge, bitte für uns, du Mächtiger Fürbitter, bitte für uns, du großer Wundertäter, bitte für uns, du unser liebevoller Schutzpatron, bitte für uns, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich, unser, bitte für uns, o heiliger Antonius, Lasset uns beten, wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten, Trost und Hilfe zuteil werden, verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen, und der eins mit ihm und all deinen Heiligen, in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Und zu allen deinen Segen gib. Amen. 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 Amen.